grüße ich habe mir mal weil mein letzter leider den geist aufgegeben hat weil ich mir so einen qualitativ hochwertigen präsentationsdrehteller gekauft habe habe ich mir ein electric turntable von keine ahnung heißt die firma new steht auf jeden fall nicht viel drauf made in made in c hana made in c hana oh ja das hört sich wieder qualitativ hochwertig an aber ich glaube er kann nicht schlechter sein als der letzte letzte war wirklich reudig den habe ich mir jetzt in der farbe white bestellt das war wie gesagt der günstigste elektrische drehteller präsentierteller wie man es auch immer nennen mag nice schön quality wie man sieht äußerst gut fast keine kratzer auf der oberfläche oh mein gott ok er muss sich ja mit drehen das ist das wichtigste ok jetzt auf jeden fall leer naja leer ich weiß ach wird ein akku drin haben ich wage stark zu bezweifeln ok lassen wir das mit dem er ist leer er hat einfach nur kein akku drin er geht auch mit battering neues oh ja wunderschön jetzt schon mal diese so er ist so verkratzt ok naja er tut sein er wird seinen zweck erstmal erfüllen ich hoffe ich hoffe er wird seinen zweck lang erfüllen naja besser als der anderen aber egal ich werde euch mal den das ding auf jeden fall ok lassen wir das mit der batterie ich glaube so eine batterie habe ich habe ich definitiv nicht im haus ich werde euch das ding auf jeden fall verlinken ich hoffe ihr habt falls ihr euch das kaufen solltet mehr glück mit der oberfläche weil die oberfläche ist echt scheiß wartet wartet ich muss ich muss es revidieren oder ist da ist echt noch ein schutz drauf ja perfekte oberfläche na sauber ok zu früh aufgeregt ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag bis denn dann tschaui derer okay ja Vielen Dank.